eine neue folge mt5 heute mit catch the snitch a wizard sport board game viel spaß dabei ja herzlich willkommen hier wieder bei mt5 marcel wieder hier und ich habe etwas neues dabei und zwar das catch the snitch quidditch brettspiel das war ein kickstarter den ich gebackt habe und der dann nach einiger zeit wie das bei kickstarter her meistens so ist auch angekommen ist hier und dazu gibt es aktuell sehr wenig content und auch nur veralteten deswegen habe ich gedacht mache ich das doch mal hier auf meinem kanal und ja versuche das game ein bisschen zu pushen weil es mir wirklich sehr gefällt ich bin riesiger harry potter fan und ja quidditch spiel ist natürlich ein traum von jedem harry potter fan und ich glaube hier ist wirklich gelungen das richtig gut umzusetzen in diesem video soll es jetzt darum gehen die grundlegenden spielmechaniken vorzustellen das sind vier stücke wir haben einmal die spieler auf dem platz wir haben dann die taktik karten wir haben die sucher und das snitch race und wir haben die zuschauer auf dem spectator stand allgemein ich habe die regeln nur in englisch die übersetzungen sind auch nicht so toll deswegen werden viele begriffe englisch sein ich habe das ganze video auch in englisch gemacht um noch eine größere zuschauerschaft anzusprechen und verzeiht es mir wenn ich jetzt die deutschen begriffe nicht weiß ich kann jedem auf jeden fall empfehlen sich das spiel auch in den englischen regeln zu holen wir beginnen mit den spielern jedes team hat sieben spieler davon sind drei jäger die werfen sich den roten koffel zu davon gibt es nur einen und versuchen ihn durch diese drei ringe die jeweils am ende des spielfelds sind zu werfen daran werden sie gehindert von den weiteren drei spielern einem hüter pro team in der hat die aufgabe die ringe zu bewachen und halt zu versuchen die bälle abzuwehren und zwei treiber die haben jeweils solche schläger in der hand und schlagen damit zwei weitere bälle nämlich die klatscher und versuchen dann andere zu treffen was zum verlust des koffels führt oder auch einfach die spieler etwas benommen und schlechter macht im weiteren verlauf des spiels der siebte spieler oder spielerin ist besonders wichtig das ist die sucherin oder der sucher und die spielt nicht auf diesen feldern auf dem feld sondern die sind in von der spielmechanik her außen rum auf diesen gelben feldern und die versuchen den schnatz zu fangen und wer den schnatz fängt der hat das spiel gewonnen die fähigkeiten der spieler sind immer durch so eine spielerkarte dargestellt da sind die aktionen die der spieler machen kann drauf aufgelistet die sind immer von der position abhängig und die sind quasi color coded also farblich markiert das ist recht einfach wenn man zum beispiel hierbei passt guckt ist da ein orangener und zwei schwarze würfel und man hat dann entsprechend auch in den farben würfel und nimmt dann einfach so viele würfel in der entsprechenden farbe wieder aufgelistet sind und würfel die und wenn man selber eine aktion macht wie zum beispiel einen pass oder einen schuss dann möchte man diese koffel symbole wo entweder ein oder zwei auf einer seite drauf sind haben und bei gewissen aktionen wie zum beispiel den schuss kann dann ein anderer spieler vom gegnerischen team eine reaction machen und der möchte dann die schläger oder opportunities heißen die im englischen würfeln und man subtrahiert dann die opportunities die der gegner geworfen hat von den quaffeln oder success ist die man selber geworfen hat und wenn man am ende noch mindestens ein success übrig hat dann war die aktion erfolgreich und man hat dann beim schuss halt ein tor gemacht beim pass der pass erfolgreich abgeschlossen und so weiter ich werde zu den einzelnen aktionen auch noch videos machen wo ich noch mal genauer erkläre was die jeweils können zusätzlich hat jeder spieler noch eine fähigkeit einen sogenannten trade der unten auf der karte steht bei den spielern in der grundbox ist so dass immer die slytherin jäger haben alle den gleichen trade die slytherin treiber haben alle den gleichen trade und so weiter und für die anderen teams die ravenclaw jäger haben dann einen anderen trade als die slytherin jäger haben aber wiederum untereinander alle den gleichen trade genauso sind auch die würfel für die aktionen jeweils gleich innerhalb eines teams so jetzt muss ich euch aber erst mal erklären wie man an die aktionen drankommt um überhaupt die coolen sachen auf dem feld machen zu können und da kommen wir zu den taktik karten jedes team hat ein deck bestehend aus 15 taktik karten die sind pro team unterschiedlich und auch alle 15 sind voneinander unterschiedlich und zu beginn einer game sequence das ist quasi eine runde welt jeder spieler eine von diesen taktik karten aus und dann geht es dabei erst einmal nur um den oberen teil da sind jeweils drei sogenannte action blöcke und in den action blöcken sind dann jeweils diese bilder von fliegenden spielern um die aktionen zu kennzeichnen davon hat man entweder 0 1 oder 2 wie man hier sehen kann ravenclaw hätte dann im ersten aktions block einer aktion im zweiten keine und im dritten zwei das heißt wenn diese beiden karten zu beginn der game sequence gewählt worden wären von den beiden spielern und ravenclaw würde anfangen das macht immer das angreifende team dann hätte zuerst ravenclaw eine aktion dann hätte slytherin eine aktion dann hätte ravenclaw mit dem zweiten aktionsblock keine aktion weil der leer ist und slytherin zwei aktionen das heißt hätte direkt drei aktionen nacheinander und dann hätte ravenclaw noch mal zwei aktionen hinten dran im dritten block zusätzlich zu der ersten karte wo nur um die action blöcke zählen kann man dann noch bis zu zwei weitere spielen wo dann nur die texte zählen das sind sie so genannten intrepid moves die quasi das spiel unterbrechen und nochmal sehr starke effekte geben die dann auch entsprechend unterschiedlich sind von team zu team dabei muss man immer etwas aufpassen denn man beginnt das spiel mit nur fünf taktik karten und jede runde legt man ja eine für die aktionen hin und wenn man keine mehr hat darf man zwar nachziehen aber der gegner bekommt dadurch sehr viele effekte die sein team auch noch mal buffen das heißt es schlecht wenn man keine mehr auf der hand hat deshalb muss man immer abwägen ob man jetzt nur die karte für die standard aktion quasi spielt oder ob man noch intrepid moves spielen möchte und es gibt dann einige mechaniken die entweder einem erlauben neue karten zu zielen oder aus dem ablage stapel welche zu nehmen oder sogar dem gegner welcher aus der hand weg zu nehmen in den ablage stapel so jetzt kommen wir zum dritten punkt und das ist das wieso wir eigentlich dieses ganze mit den spielern machen und zwar wollen wir am ende den schnatz fangen im richtigen spiel ist ja so dass der 150 punkte gibt hier hat man einfach gewonnen wenn man so ein liga system macht gibt es auch regeln für kann man auch mit punkten spielen jetzt geht es aber erst einmal um die grundregeln und da hat man einfach gewonnen wenn man den schnatz fängt und das macht man mit den sogenannten schnatz karten die schnatz karten bekommt man wenn man erfolgreich aktionen abschließt vier stück in der regel für die man würfeln musste also pässe schießen mit den klatschern schlagen und so weiter und auch wenn man ein tor schießt bekommt man eine schnatz karte einfach direkt und am ende von jeder game sequence bekommt auch jeder spieler eine schnatz karte automatisch man kann dann entweder einen kleinen effekt direkt nutzen wenn man die karte bekommt oder man nimmt sie als sogenannte card in play legt sie also erstmal weg und kombiniert sie dann dafür seht ihr diese unterschiedlichen symbole rechts auf den schnatz karten und genau kombiniert dann zwei karten um einen stärkeren effekt zu bekommen die effekte von den schnatz karten kann ich auch in einem anderen video noch mal genauer erklären und wie das funktioniert im allgemeinen aber bringen die deinen sucher halt auf diesen feldern außenrum weiter nach vorne oder den gegnerischen sucher zurück oder den schnatz zu dir hin und dann komme ich noch zu diesem zuschauer stand das ist eigentlich nur eine kleine mechanik dazu man hat da zwei felder magie und motivation heißen sie glaube ich und wenn man damit spielt bekommt jeder spieler kostenlos so einen fervent fan die durch diese weißen und schwarzen token dargestellt werden und da kann man reroutes durchbekommen wenn man dann den fällen quasi auf dieses bord legt und es ist immer besser wenn der gegner schon einen da stehen hat dann kann man den nämlich runter hauen und bekommt dann den unteren von unter dieser linie immer einen stärkeren effekt in der grundbox sind dann auch noch regeln und token für hermine und snape dabei und im kickstarter gibt es dazu auch modelle und dann auch noch irgendwie um die 20 andere zuschauer die halt auch immer wieder eigene effekte haben und die man dann für gallionen sich noch zukaufen kann ja und das waren dann auch schon quasi die vier grundbestandteile des spiels wir haben einmal die spieler auf dem feld die sich über diese zonen bewegen können die passen können die klatscher schlagen können dann in der scoring area schießen können und versuchen tore zu erzielen indem sie den koffel durch die ringe werfen und das ganze wird quasi bestimmt durch die taktik karten die angeben wer wann aktionen durchführen darf und die zusätzlich auch noch sehr starke nebeneffekte bringen können die auch noch mal die identität der häuser unterstreicht und all dieses auf dem feld ist dafür da um die schnatz karten zu sammeln und den sucher auf dem snitch race weit nach vorne zu bringen so dass man hoffentlich dann der erste beim goldenen schnatz ist und das spiel gewinnen kann unterstützt wird das ganze dann noch durch zuschauer die noch meine eigene mekanik haben und auch noch einfluss auf das spiel nehmen können das war es dann auch quasi schon mit dem video wie gesagt ich bin wirklich ein fan von dem spiel schon auch wenn ich es noch nicht so oft gespielt habe es fühlt sich einfach super schön nach quidditch an also alles was man irgendwie denkt was man beim quidditch können sollte kann man in diesem spiel und ich bin richtig glücklich das zu haben die modelle sind auch schön und für mich als maler ist es toll dass ich quasi nur 14 modelle anmalen muss um schon spielen zu können und insgesamt nur 28 oder 29 da drin habe und ja jetzt wie man sieht auch schon angemalt ich hatte richtig motivation dazu und die sehen auch wirklich schön aus und man kann schon mit sehr einfachen mitteln denn andere verwende ich bei mal nicht wie ich finde gute effekte erzielen normalerweise sind die in einfarbigen plastik also pro team ist dann jeweils rot blau grün und gelb das team das sieht auch schon gut aus ist nicht so dieses grau in grau und vielleicht ein bisschen silber dazwischen wie man das von anderen miniaturen herstellen kennt man muss die also nicht anmalen aber wie gesagt ich bin eigentlich total der malen muffel und kann das nicht aber bin super zufrieden mit dem rechte erreicht habe wenn ihr das spiel schon habt würde mich sehr interessieren wie es euch gefällt und ich hoffe dass vielleicht auch der eine oder andere sagt dass er das in dem video hier so cool fand dass er versucht das auch zu bekommen es gibt vielleicht ein paar die ihren kickstarter loswerden wollen oder zusätzliche boxen bestellt haben und ansonsten hoffe ich dass das demnächst einfach im verkauf ist und wünsche euch auf jeden fall egal wie ihr es schafft viel spaß mit dem spiel